Das eine ist das Rheinland mit Köln als großes Zentrum und das andere Süddeutschland mit den großen Zentren Nürnberg und Augsburg sowie den großen herzlücklichen Herstellungszentren. In all diesen Zentren war zuerst natürlich die Herstellung von Friedelpanzern oder von Kettenhemden. Das Kettenhemd ist eine sehr, sehr alte Technik schon aus der römischen Zeit. Und das hat eine Technik, die sich sehr lang gehalten hat, nämlich vom Spätmittelalter noch bedeutend war bis zum 17. Jahrhundert. Wie das hier die Bilder zeigen, das eine ist aus dem 17. Jahrhundert, diese sind aus dem 15. Jahrhundert. Das sind aus dem Hausbruch der Mendelschen Stiftung, die für in Pension gegangenen Handwerker geschaffen wurde, in der nämlich Handwerker bei ihrer typischen Tätigkeit gezeigt werden. Und eine der wichtigsten Tätigkeiten bei der Produktion von Kettenhemden war, den Draht herzustellen. Und so hat man ausgeschmiedete Stangen hat man langsam durch verschiedene Löcher gezogen, die immer kleiner geworden sind. Dann wurde dieser Draht über einen Durchmesser gewickelt. Und wurde aufgeschnitten, sodass man einzelne Kettenglieder bekommen hat. Und diese Kettenglieder sind vom Meister dann zusammengesetzt worden, so ähnlich wie man einen Pullover zusammensetzt, in dem man unterschiedlich viele Glieder hat, je nachdem welcher Körperteile. Und dann sind sie zusammengesetzt worden mit Hilfe einer Zange. Und bei den besten Kettenhemden sind sie nicht nur überlappend, sondern auch noch mit verstärkt, indem hier Stifte hineingehen. Also mit welchen Gebautern sind und mit Stiften. Und bei den größten Kettenglieder, insofern von einfachen Spiken oder Stiften, haben sie auch geklärt, wie Sie hier sehen, wie Sie hier sehen, wie Sie hier in der Fotografie sehen. Und bei allen Kettenglieder haben sie auch ein kleines Stift. Ja, also damit hat man auch doppelte Kettenhemden getragen, die doppelt so stark waren, indem man zwei Reihen verschieden übereinander gehabt hat. Und das zeigt sehr gut, nämlich auch, dass die Qualität überprüft worden ist von der Gilde. Also unten ist ein Qualitätsstempel der Gilde, und da oben sind über zwei Glieder mit den Herstellernamen. Die Kettenhemden haben zwar viele Vorteile, weil sie sehr flexibel sind, aber sie haben den Nachteil, dass sie gegen Ambus-Bolzen nicht wirklich gut schützen. Und daher entschließt man sich, in der Mitte des 14. Jahrhunderts in Westeuropa Plattenharnische zu benutzen. Wobei das ja ein langsamer Prozess war, dass man zuerst nur Teile gemacht hat, also Kettenhemden verstärkt hat mit Teilen, und letzten Endes ab 1370 gibt es vollständige Plattenharnische. Das hängt auch damit zusammen, dass man erst dann in großen Mengen Eisen produzieren konnte. Weil die Plattenharnische verlangen eine sehr große Menge an Eisen, also viel mehr. Ein Hauptproblem bei der Eisenproduktion war, dass das Eisen im Hochofen nicht vollständig geschmolzen ist. Es entsteht nur so eine schwammförmige Mischung aus Schlacke und Eisen. Und das Hauptproblem war, wenn man die Schlacke aus diesem Eisenschwamm herausbekommen hat, weil die Schlacke eine schwächige Punkt ist. Man erreicht das, indem man die Platten ausschmiedet. Bei diesem Ausschmieden geht schon fast die Schlacke weg. Die Platten teilt. Sie Feuer verschweißt. Und wieder ausschmiedet. Und diesen Prozess wiederholt man sieben, acht Mal, einmal. Und zuerst hat man das mit der Hand gemacht, aber das ist nicht sehr effizient. Und daraufhin hat man dazu begangen, dass man Schmiedehämmer gehabt hat, die vom Wasser getrieben worden sind. Das verlangt natürlich eine gewisse Investition, aber das war viel effizienter. Die Homogenisierung war eines der Hauptprobleme und man macht das Grundmaterial so teuer. Eine der Hauptprobleme war, dass die Technologien die Prozesse nicht mehr möglich machen, aber auch immer. Und das hat es auch untergebracht. Weil man einen sehr hohen Anteil an Holzkohle braucht, weil man jeweils bei dem Feuer verschweißen viel Holzkohle verbraucht. Also das war der teuerste Teil, war die Holzkohle. Ganz wenige Schmelzstellen konnten auch Stahl herstellen. Stahl hat einen höheren Kohlenstoffanteil als normales Schmiedeisen. Und zwar von 0,2 bis 2 Prozent Kohlenstoffanteil dieses Stahl. Der Vorteil von Stahl ist, dass wenn man es erhitzt und in einem Kalbminium abschreckt, dass der Kohlenstoff eine Kristallstruktur bildet. Und diese Kristallstruktur macht dieses Werkstock sehr viel härter als normales Eisen. hat aber den Nachteil, dass es gleichzeitig auch brüchig wird, also auch spröde wird. Und deswegen muss man wieder Hitze zufügen, um die Kristallstruktur etwas aufzureichen, damit es aneratizität gewinnt. Das ist ein Prozess, den man in Italien entwickelt hat, in Mailand. Aber der über Familienbeziehungen zwischen Mailänder Plattnern und zum Beispiel Innsbrucker Plattnern und Augsburger Plattnern auch nach Deutschland gekommen ist. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Im 15. Jahrhundert ist sie in Italien vollständig entwickelt. Und Ende des 15. Jahrhunderts kommt sie auch nach Deutschland. Es gibt eine viel ältere Technologie, die schon im 10. Jahrhundert existiert, wie man Stahl machen kann. Es wird auch von byzentinischen Handschrechten schon beschrieben. Und das ist ein Metall, also ein Eisen, mit einem organischen Material zu bedecken. Zum Beispiel, es kann Schmalz sein oder so. Dann mit Lehm abzudecken, um dann sehr lang zu erhitzen, 24 Stunden zu erhitzen. Dann diffundieren Kohlenstoffatome in die Oberfläche. Und man kann die Oberfläche auch wieder, wenn sie die Stählern dann, kann man durch Abschrecken härten. Es hat nur den Nachteil, dass es nicht sehr tief diffundiert, dass man so sehr schwellend einen gesamten Block verstellen kann. Die Byzentinen haben es verwendet, um Pfeilen herzustellen, wo man nur eine harte Oberfläche braucht. Was haben sie? Pfeilen. Und daher ist die andere Methode, wenn man ganz im Stahl Platten bekommt, besser. Aber es war nicht so einfach, den Kohlenstoff in das Eisen hineinzubekommen. Und das funktioniert nur, wenn man relativ große Hochöfen hat. Der Nachteil von großen Hochöfen ist, dass man sehr viel Sauerstoff hineinbringen muss, um die hohe Temperatur zu erhöhen. Und normalerweise hat man mit der Hilfe von diesen Blaspelden diese hohe Temperaturen nicht erreicht. Aber in der Steiermark, um den Erzberg herum, bei Leoben, gibt es einen Vorteil, dass es in den Alpen Fallwinde gibt. Fallwinde? Fallwinde sind Winde, die runterfallen wie Föhn. Und wenn man so einen Fallwind mit einem Blaspel kombiniert, kann man auch bei einem großen Ofen hohe Temperaturen erreichen. Und daher gelang es in den Steiermark, den Schmelzern, das Eisen flüssig zu bekommen. Und wenn man flüssiges Eisen hat, kann man Kohlenmonoxid, starken Rauch darüber leiten. Und damit erreichen, dass Kohlenstoff in das Eisen diffundiert. Und wenn wir die Schmelzern vollständig ausbauen können, dann können wir die thermische Reaktion erreichen, die Reaktion mit Oxidum der Erzbergung. Und wir bekommen diese kristallische Erzbergung in der Steine. Und daher war steirisches Eisen Stahl. Man hat es nur steirisches Eisen genannt, und es wurde bis nach England verhandelt, also dann so exportiert, weil es eben eine bessere Qualität hat. Und diese Stahl, die von der Technologien bekommen hat, ist sehr popular, sie exportierte sogar in England. Und sie verwendet sich wegen ihrer Reaktion. Also die englische Hofplattnerei Greenwich arbeitet nur mit steirischem Essen. Also bis man weiß, nach England ist es in der Zeit Heinrich VIII. Das sind wir im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts. Also exportierte diese Stahl auch in anderen Wachstumszentren des Heiligen Deutschen Reiches? Ja, diesen Stahl hat man auch nach Nürnberg exportiert zum Beispiel. Nürnberg hat nur eine andere Methode verwendet des Herzens als Augsburg und Innsbruck. Nürnberg war viel stärker kommerziell organisiert als Augsburg und Innsbruck. Und arbeitet daher für einen breiten Markt, während Augsburg und Innsbruck nur für die oberste Gruppe, also für einen Hochqualitätsmarkt arbeitet. Und daher schreckt Augsburg und Innsbruck im kalten Wasser ab, also von 600, 700 Grad auf 4 Grad hinunter. Was sehr harte Oberfläche erzeugt. Aber notwendig macht, dass man es wieder noch einmal Temperatur zu führt, dass es wieder weicher wird. Das ist ein bisschen schwierig, weil man dann sehr schwer Temperaturen kontrollieren konnte. Es hat keine Thermometer gegeben. Das heißt, man kontrolliert Temperaturen über die Anlauffarben von Metall. Die Temperatur kontrolliert durch die Anlauffarben von Innsbruck und Augsburg und Augsburg. Daher hat diese Innsbruck- und Augsburger Methode sehr viele Kenntnisse verlangt. Das lernt man nur in einer Werkstatt. Man muss aus Erfahrung wissen, dass diese Röte die richtige Temperatur ist. Und der zweite Nachteil war, dass man doppelt so viel Brennstoff verwenden muss. Und der Brennstoff ist das teuerste in einer Werkstatt. Es ist teuerer als die Arbeitskraft. Der Herr verwendet Nürnberg eine andere Methode. Nürnberg schreckt im heißen Öl ab. Und daher ist die Abschreckung von 600 Grad auf 200 Grad viel weniger. Daher entstehen nicht so harte Oberflächen. Aber man muss nicht noch einmal Temperatur zufügen. Also man spart Arbeitszeit und man spart Sprengstoff. Aber man erreicht nicht so gute Qualität. Ja, das sind die Vorteile und die Nachteile. Wenn man Stahl hat und überhaupt Stahl festzustellen, ob man Stahl hat oder Eisen, das ist schwierig gewesen. Man kann es aber feststellen, indem man aus einem bestimmten Material Stangen schmiedet. Sie erhitzt und abschreckt. Und wenn man sie biegen möchte, wenn sie brechen, ist es Stahl. Und wenn sie sich biegen lässt, ist es Eisen. Und so kann man aus einem Material unterscheiden, dass es Eis ist, dass es Stahl. Weil selbst in der Steiermark sind bei dieser dortigen Methode nicht vollständige Stahlblöcke entstanden, sondern nur Teile davon sind Stahl gemacht. Also man musste zuerst, wenn man das Objekt aus der Ofma rausbekommen hat, musste man zuerst trennen zwischen Eisen und Stahl. Und dann sind die Platten homogenisiert worden, weil die Prozesse nicht schon erzählt hat. Und таким образом, die homogenisierte Plastin, wurde bereits nach dem Termin aus der Steiermark, zum Beispiel in die Werkstätten, in 25 Kiloplatten geliefert worden. Die Plastin, die Zаготовungen aus der Steiermark, von 25 Kilogramm, und das wurde aus dem Ausgangsmaterial, mit dem die Platten gearbeitet haben. Und das war das Schöpfungsmaterial, mit dem die Platten gearbeitet haben. Und das sieht man hier ganz gut. Aus diesem Ausgangsmaterial sind zuerst Formen geschnitten worden, und zuerst ist ganz grob warm gearbeitet worden. Also man sieht das ganz gut hier, dass der eine Handwerker hält dasntreiber mit einer Zange, das ist nur heiß. Aber der Großteil der Arbeit wurde kalt gemacht. Wie man hier sehr schön sieht, bei diesem Nürnberger Plattner, er hält das Stück in den Händen, also es ist kalt. Und auch hier sieht man, wie er es kalt hält. Was man sehr schön sieht, sieht man die großen Scheren, die sind in einem Block eingelassen, mit denen man die Stücke zurecht geschnitten hat. Auch hier, da ist Kaiser Maximilian in seiner Hofplattnerei, sieht man die Plattner arbeiten mit den Händen, also kalt. Sie haben sehr viele unterschiedliche Anbosse, und sie haben sehr viele unterschiedliche Hämmer. Im Hintergrund brennt trotzdem ein Feuer, aber im Hintergrund brennt man das Metall. Beim Hämmern verdichtet man das Metall, sodass es spröht wird, weil starke Spannungen im Metall entstehen. Das Metall wird nicht genannt, weil es in der Mitte der Hämmer verursacht wird, weil es in der Mitte der Hämmer ist. Aber es ist für die Hämmer, weil es in der Mitte der Hämmer ist. Und wenn es dann ins Feuer gibt, dann werden diese Stücke... Das Stücke heißt, dass die Hämmer ein Druck aufstieg, und die Dünner fängt, und das Metall kann diese Hämmer rücken. Also diese Scheinung heißt aufklemmen, also die Struktur dieses Molekulargitter wird zusammengepresst, also so wird Metallsprüge. Und daher kann man wieder Feuer zufügen, zu wärmen, sodass man die Spannungen wieder losbekommt. Und dann kann man kalt weiterarbeiten. Hier haben wir noch ein weiterer Arbeitsvorgang, was? Hier sehen wir noch eine weitere Prozedur. Sascha, können Sie eine Frage stellen? Ja. Скажите, zwei Sleitze назад, wo die Spannung arbeitet, 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 wo die Spannung arbeitet. Das ist möglich, dass die Spannung nicht wie die Spannung ist. Es kann sein, dass hier eine Primärformung wird. Ja. Das ist die Spannung ist auf die Spannung. Also erst auf die Spannung, wo die Spannung ist, wo die Spannung ist, wo die Spannung ist. Das ist ja auch eine Pläne. Aber das ist ja auch eine Spannung. Das ist ja auch eine Spannung. Aber das ist ja auch ein Spannung. die wir mit der geringen und dann die feine haben wir auch die 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 hier 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 ist das Ich weiß, dass er gerade diese Verrundung von Ransch macht. Ja? 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 Gerät mitteimusen, dass sich die römer zu verabschieden ist. Wenn die römer zu sehen, dann geht es der Bauch. Er und bei der Hütte sind welche Römer, wie die Römer, zum Beispiel auf der Massim� Darken, die römer zu verabschieden müssen, wie wir hier sehen, Die ganz grobe Hauptform, die ganz grobe Hauptform, ja, aber wenn man hier sieht zum Beispiel eine Folge, die er für ein Arm zeigt, die hämmer da schon kalt, ja, also ganz, ganz grob und dann sofort kalt, weil man beim Kaltarbeiten mehr Kontrolle über die Form hat. Und daher wird die feinen Formen alle kaltgearbeitet. Das ist ein Rahmen, das der auch umgewählt, das ist bei allen Rüstungen so, das war auch ganz notwendig. Weil das soll verhindern, wenn also ein Treffer die Brust oder ein eigener Rüstungsteil trifft, dass die Spitze abgleitet und ins Gesicht fährt. Also es dient als Stopp für die abgleitende feindliche Waffe. Eine weitere wichtige Arbeit machte auf dem Kalt, aber war durch das Erhitzen, das immer wieder Erhitzen ist die ganze Rüstung schwarz geworden. Und das ist diese schwarze Schmiedehaut, wurde jetzt mit einer Paste aus Sand, wurde heruntergenommen. Und das waren meistens andere Handwerker als der Plattker selbst. Am Beginn ist das gemacht worden mit der Hand, aber dann sehr bald, also hier aus dem Zwölfbrüder mit der Hand, aber dann sehr bald mit großen Schleifrädern. Wobei diese Schleifräder generell aus Holz gemacht worden sind, als ihr seht, mit Wasser angetrieben worden sind und die Sandpaste ist aufgetragen worden auf das Holz und das Schleif. Und das war eine eigene Tätigkeit, also der Plattner hat meistens das fertige Stück, das von ihm von der Arbeit fertig war, an den Schleifer gegeben. Und die haben das gearbeitet, weil die Investition solcher Mühlen war sehr aufwendig und so teuer. Diese Operation war eine einzelne technologische Operation. Die Schleifräder verabschiedelte die Schleifräder, also die Schleifräder verabschiedelte, weil die Schleifräder sehr viel Geld und für die Schleifräder verabschiedelte nicht mehr zu investieren. Es war eine einzelne Profession und eine einzelne technologische Operation. Und so haben viele Schleifmühle, also viele Plattner für eine Schleifmühle gearbeitet. Und das war auch ganz wichtig für die Standorte für Plattner-Zentren. Und so diese Vodäne-Mühle gearbeitet haben, weil die Schleifräder verabschiedelte wurden. Und die Schleifräder sind nur dort, wo es schnell fließendes Wasser gibt. Und die Schleifräder sind auch die Schleifräder für verschiedene Schleifräder. Und unsere Rüstungsfabrik steht gerade an dem Ort, am Fluss, wo wir früher eine ähnliche Wasserschleifmühle haben. Und alle Gehörer wurden von die Waffenhandwerken gemacht. Und in der Waffenfabrik wurden sie dann bis zum Ende gefertigt. Also darunter auch Hilfe von solchen Wassermühlen. Also das ist ganz ähnlich. Und das ist eine der großen Voraussetzungen für Plattner-Zentren. Also man braucht drei Voraussetzungen. Schnell fließendes Wasser, das ist das Wichtigste. Ein relativ guter Zugang zu Eisenproduzierenden Zentren. Aber die können ein paar hundert Kilometer entfernt sein. Aber nicht zu weit, weil dann ist die Transportkosten zu hoch. In der Nähe muss es Felder geben, damit man Holzkohle leicht bekommen kann. Und in der Nähe braucht man Transportwege für den großen Handel. Und dann können sich genügend Handwerker spezialisieren, um ein wirkliches Plattner-Zentrum zu schaffen. Nur wenn man den Weg zum Potenzialen-Zentrum zu schaffen kann, dann die Waffenhandler und andere Waffenhandler-Zentrum zu schaffen. Maximilian war ein großer Förderer der Plattner selbst. Maximilian war ein großer Förderer der Plattner selbst. Maximilian war ein großer Förderer der Plattner selbst. Und neben der reinen Arbeit der Plattner hat es auch für den Hochqualitätsmarkt noch weitere Handwerker gegeben, die mitgearbeitet haben. Und das betrifft aber nur den Hochqualitätsmarkt, nicht den normalen Waffen für Landsknechte. Und das sind die Ätzler. Das waren die Gravüren, die eine ganz große Rolle spielen und meistens mit den Plattner-Familien verwandt waren. Und die auch eine große Rolle spielen in dieser Technologie. Und nach dem Polieren wird die Rüstung mit einem Firnis bedeckt oder mit Wachs. Und dort gravieren die Künstler die Ornamente ein. Dann wird das Ganze unter eine Säure gelegt. Und dort, wo der Firnis weggekratzt war, kann die Säure reinfressen. Es kommt so eine Vertiefung. Dann wird der Schützeüberzug weggewaschen. Und die Vertiefungen werden mit einer Mischung aus Öl und Russ geschwärzt. Und wenn man es dann leicht erhitzt, dann frisst sich das hinein. Das ist auch der Ursprung des Drucks, des Tiefdrucks. Weil die Künstler, die später Radierungen gemacht haben, haben zuerst für Rüstungen gearbeitet. Ein anderer Handwerker, den man verwenden kann, oder ein anderer Schutz, war Bläuungen. Bei der Bläuung muss das Metall zuerst ganz glatt poliert sein. Und dann dürfen nur 370 Grad zugefügt werden. Es war damals ganz schwierig, die Temperatur zu kontrollieren, aber mit Hilfe von Anlauffarben konnte man das machen. Ein weiteres Problem war, dass die Temperatur von dicken Teilen der Platte anders aufgenommen werden, wie von dünnen Teilen. Und die Lösung war, man hat Sand erhitzt auf 370 Grad. Das kann man mit einem kleinen Stück Metall kontrollieren, wann das Blau wird. Und dann kann man dann das Metallstück in diesen Sand hineingeben, und kann es in der richtigen Temperatur bleiben. Und dann hat es eine Technik gegeben, die hat geheißen Goldschmelz. Die Technik, wo man Bläuung und Vergoldung kombiniert. Und zwar wird durch Ätzung eine Vertiefung in die Bläute Oberfläche erzeugt. Und dann wird eine Pasta aus Quecksilber und Gold aufgetragen. Und dann wird erhitzt, aber nicht sehr hoch, knapp über 120 Grad. Das führt dazu, dass das Quecksilber verdunstet, verdampft. Und das Gold geht mit dem Kupfer in Verbindung ein, und damit bleibt es feier verfolgt. Und dann kann man Gepläutnis, das ist bei 370 Grad gepläut worden, und Gold kombinieren, was ein sehr schöner Gegensatz ist. Es haben nur ganz wenige Künstler gekommen, weil man muss ja genau die Temperaturen kontrollieren. Wenn man zu hoch geht mit der Temperatur, dann hat man Probleme mit der Bläuung. Diese ganzen Prozesse sind normalerweise von den Städten kontrolliert worden. Die Städte haben Städte als Marke eingeschlagen, dass die Qualität der Gäuung anstrengend wird. Also normalerweise ist ein Werkstück von drei Meistern kontrolliert worden, ob es den Qualitätsansprüchen der Städte ist. Deswegen findet man auf sehr vielen Stücken sowohl ein Meister-Market, also der Meister, der verantwortlich war für die verschiedenen Werke, dass eine entsprechende Rüstung entstanden ist. Aber der Städte hat nochmals eine Marke zugegeben, die gesagt hat, dass das Qualität entspricht. Aber der Städte hat auch eine Marke zum Beispiel, dass das Nachrichten betrifft. Also die Städte sind nur Städte, die in der eigenen Städte hergestellt wurden. Die Städte, die wir sehen, sind nur Städte, die aus der Städte sind. Die Städte, die wir sehen, wie die die Gäuung der Städte, die wir sehen, wie wir sehen, sind auch die Gäuung der Städte. Aber es gibt Ausnahmen wie Wien. Wien war ein großes Handelszentrum, kein Produktionszentrum. Und daher mag Wien Rüstungen, die zum Beispiel in Nürnberg oder in Augsburg hergestellt wurden. Und hat damit nur festgestellt, dass es den Qualitätsanforderungen von Wien als Handelszentrum entspricht. Das heißt, man kauft von außen, kauft man Rüstungsteile und verkauft sie weiter, aber gar garantiert für die Qualität. Sie haben auf den Nürnberg oder Elemente Dospiehler gekauft. Und Klämmung Köln war so, dass die Produktion соответствует den Qualitätsanforderungen der Wien. Sehr aufwendige Arbeit sind Riffelharnische. Riffelharnische Dospiehler представляет собой, wie zum Beispiel, eine sehr schwierige Arbeit. Weil diese Riffelharnische Dospiehler sehr mühsam herzustellen. Die geben zwar auch technologische Vorteile, weil die Platte wird steifer. Aber es ist eine Frage der Mode. Weil sobald es aus der Mode kommt, gibt man diese technologischen Vorteile auf. Weil die Preise so hoch waren, dass der hohe Preis nur durch die Mode gerechtfertigt wurde, nicht durch die verbesserte Technologie. Ein Hauptproblem für den Platte, für den hochqualität der Platte war, war, wie die Sachen gepasst haben, ob die Kunden gepasst haben. Und das war sehr häufig der Fall, dass der Kunde und der Platte an unterschiedlichen Orten gewohnt haben. Und der Hauptmann hat häufig Kleidung geschickt. Um entsprechende Masse zu haben. Und wir kennen eine ganze Reihe von Briefen, wo verlangt wird, dass Neues, also ganz künstliche Kleidung geschickt wird. Weil wenn der Kunde knapp nachher dicker geworden ist, hat er die Harnisch nicht gepasst. Für die besten Harnische ist der Platte selbst zum Kunden gefahren. Aber das war sehr teuer. Und wir wissen von einem Fall, dass Helmschmidt, also ein ganz wichtiger Augsburger Platte zu Karl V. nach Spanien fährt. Und hat für diese Reise 500 Gulden bekommen. Das wären 10 Jahresgehälter eines Söndlers. Und auch für einen berühmten Platte ist es ein zweifaches Jahresgehalt. Und sogar diese Summe war ein zweifaches Anpassung von einem sehr hochqualifizierten Dosskirchner. Daher nur ganz wenige Kunden konnten sich ein direktes Anpassen leisten. Deswegen konnten sich sehr viele Verkaufsgericht haben, dass die Dosskirchner-Mästern eine persönliche Anpassung der Dosskirchner-Mästern ermöglicht. Das war möglich in einer Hofplattnerei, wo der Plattner direkt am Hof des Fürsten gelebt hat. Und das erklärt, warum Maximilian oder zum Beispiel der Herzog von Landshut sich jedes Hofplattnereien geleistet hat. Wir haben nämlich Beispiele, dass das nicht funktioniert hat mit der Größe. Das ist dieser Knabenharnisch von Karl V. Der nicht poliert wurde. Weil die Kleidung, die man von Gendt, also von den Niederlanden, nach Innsbruck geschickt hat, ist das Kind rausgewachsen.